In den letzten 90 Tagen erlebten drei Menschen, wie sich ihr Leben nach der Investition in Bitcoin dramatisch veränderte. Über 13.837,45 Dollar wurden auf ihrem Girokonto gutgeschrieben, nur 24 Stunden, nachdem sie sich für mal einen Beta-Test online angemeldet haben. Und wissen Sie was? Die Tatsache, dass Sie diese Seite sehen, bedeutet, dass Sie an der Reihe sind, dem Bitcoin-System beizutreten, da ich gerade den gleichen Beta-Test für Sie öffne. Wissen Sie, genau wie alle anderen hatte ich gehört, dass die Leute mit Bitcoin Geld verdienen. Aber Sie wissen schon, Bitcoin, Bitcoin kaufen schien einfach ein langer und komplizierter Prozess zu sein. Als ich jedoch Steves Video sah, war ich begeistert zu sehen, dass ich tatsächlich Geld mit dem Trading von Bitcoin verdienen konnte und wie versprochen habe ich in nur 24 Stunden eine unglaubliche Geldsumme verdient. Es ging so schnell. Das war mit nur einer kleinen Anfangsinvestition von etwa 250 Dollar. Jetzt bin ich stolz darauf, sagen zu können, dass ich auf dem Weg bin, Millionär zu werden. Ich wurde für Steves Beta-Test ausgewählt und ich sage Ihnen, ich bin so froh, dass ich dem Bitcoin-System beigetreten bin. Ich benutze die Software jetzt seit 37 Tagen und habe bereits über 400.000 Dollar verdient. Ich habe die Hochschulausbildung meines Sohnes bezahlt, ich habe meine Hypothek zurückgezahlt und ich konnte den Job, den ich jahrelang gehasst habe, kündigen und einfach nur auf der Bitcoin-Welle reiten. Steve machte mich zu einem Gläubigen. Ich hatte einen Portfolio-Wert von Aktien, Gold, GICs. Was auch immer, ich hatte es. Aber glauben Sie mir, es gibt heute keine andere Anlagemöglichkeit, die Ihnen so erstaunliche Renditen bringen kann wie Bitcoin. Steves System brachte mir in nur etwas mehr als zwei Monaten 784.832,77 Dollar ein. Nun, das ist mehr als mein gesamtes Anlageportfolio in den letzten zwei Jahrzehnten eingebracht hat. Alles, was ich tun musste, war, lediglich 250 Dollar zu investieren. Nun, das sind Pennys im Vergleich zu dem, was ich verdient habe. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben in den nächsten 30 Tagen Millionär. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie wohlhabend Sie wären, wenn Sie ein früherer Investor von Uber, Facebook, Apple, Airbnb oder Google gewesen wären? Uber macht frühe Investoren reich. CNBC.com Investieren. Das verzauberte Leben der früheren Apple-Aktionäre. Status Update. Ich bin reich. Facebook-Börsengang sorgt für 1000 Millionäre an der Basis des Unternehmens. Sie können endlich aufhören, sich zu wundern und aufhören, sich selbst deswegen fertig zu machen, weil sie zur späte Party gekommen sind. Denn Bitcoin ist die neue Millionen-Dollar-Gelegenheit am Horizont. Eine, die von extremen Kontroversen umgeben war. Die gleiche Art von Kontroversen, die einst Unternehmen wie Uber, Google, Amazon und Airbnb umgaben. Doch die glücklichen Wenigen, die die Kontroverse ignorierten, lachten sich bis zur Bank ins Fäustchen. Jetzt sind sie an der Reihe, den Spieß umzudrehen und ein Millionär mit Bitcoin zu werden. Tausende von Menschen aus der ganzen Welt haben leise Millionen verdient, nachdem sie in Bitcoin investiert haben. Und jetzt gibt es eine neue Welle von zukünftigen Millionären, die sich dafür entscheiden, jetzt in Bitcoin zu investieren. Also hören Sie zu, denn in den nächsten drei Minuten werde ich Ihnen verraten, wie Sie in nur einer Stunde und jeder Stunde danach 550 Dollar verdienen können. Rechnen Sie nach. Das sind 13.200 Dollar auf Ihrem Bankkonto in nur 24 Stunden und Sie können heute kostenlos anfangen. Das ist richtig. Kostenlos. Werfen Sie also Ihre Kreditkarte durch den Raum, legen Sie Ihre Debitkarte weg und schließen Sie Ihr Paypal-Konto. Ich will Ihnen nichts verkaufen. Sehen Sie auf dieser Seite eine Schaltfläche in den Warenkorb? Ich glaube nicht. Aber bevor ich die Bombe in Bezug auf diese lebensverändernde Investitionsmöglichkeit platzen lasse, möchte ich Ihnen gegenüber offen und transparent sein. Da ist etwas für uns beide drin. Bevor ich Ihnen sage, was es ist, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Hallo, mein Name ist Steve McKay. Ich bin Softwareentwickler, Investor und Millionär. Sie haben mich vielleicht im Wall Street Journal, CNN und Forbes gesehen. Man nennt mich den 100-Millionen-Dollar-Mann. Und so fing alles an. Noch vor drei Jahren wusste ich nichts über Investitionen. Ich war nur ein weiterer mittelständischer Softwareentwickler, der für eine große Firma an der Wall Street arbeitete. Eines Tages kam mein Chef an meinen Schreibtisch und bat mich, an einer brandneuen Software zu arbeiten. Einer Software, die es seinen wohlhabenden Kunden ermöglichen würde, Bitcoin zu traden, ohne jemals tatsächlich Bitcoins kaufen zu müssen. Er sagte mir, dass das Projekt eine private Anfrage von den großen Jungs an der Spitze war. Also tat ich, was er wollte und erwähnte nie ein Wort über das Projekt gegenüber jemandem. Ein ganzes Jahr lang arbeitete ich Tag und Nacht an der streng geheimen Software. Zwei Tage, nachdem sie in Betrieb genommen wurde, geschah etwas Geheimnisvolles. Ich bekam einen Anruf von einer gesperrten Nummer. Es war mein Boss. Er verließ die Stadt und sagte mir, ich sollte nie mit jemandem über die Software sprechen. Es stellte sich heraus, dass er nie beabsichtigte, die Software mit seinen Kunden zu teilen. Er hat mich dazu gebracht, seinen ganz persönlichen Geldautomaten zu bauen. Da war ich, mit dieser leistungsstarken Software, von der niemand etwas wusste. Also tat ich, was jeder andere tun würde. Ich habe es selbst ausprobiert. Ich begann mit einer Anfangsinvestition von nur 250 Dollar. Nach nur einer Stunde verdiente ich 550 Dollar. Dann habe ich in den nächsten Stunden weitere 550 Dollar verdient und so weiter. Jede Stunde floss das Geld auf mein Bankkonto. In nur 24 Stunden verdiente ich über 13.000 Dollar und in 90 Tagen war ich zum ersten Mal in meinem Leben Millionär. Ich habe mich selbst nie als Millionär vorstellen können. Aber wenn ich es schaffe, kann jeder in nur 24 Stunden einen Überschuss von 13.000 Dollar machen. Deshalb möchte ich die von mir erstellte Software zurückgeben und mit 25 Personen teilen. Es ist mein Traum, 25 neue Millionäre zu schaffen. Normale, fleißige Menschen wie Sie. Aber wenn Sie so sind wie ich, dann ist es schwer zu glauben, dass Sie in 24 Stunden mehr als 13.000 Dollar verdienen können. Deshalb zeige ich Ihnen live, wie man Geld verdient. Zuerst werde ich ein neues Konto mit der Software eröffnen. Dies ist die gleiche Software, die Sie am Ende dieses Videos erhalten werden. Jetzt mache ich meine Einzahlung von 250 Dollar, damit Sie sehen können, wie selbst jemand mit einem kleinen Budget über 13.000 Dollar in 24 Stunden verdienen kann. Klicken wir jetzt auf Auto-Trade, um die Software dem Bitcoin-Markt freihändig traden zu lassen. Ich werde die Software auf Auto-Trade lassen und wir können den Kontostand später noch einmal überprüfen. Während wir warten, möchte ich Sie daran erinnern, dass ich innerhalb der nächsten 48 Stunden mit 25 weiteren Personen sprechen werde, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mir anzuschließen. Jeder dieser Personen hat garantiert innerhalb der nächsten 24 Stunden über 13.000 Dollar auf seinem Konto und das alles noch nur drei einfachen Klicks. Wie bereits erwähnt, läuft diese Software wirklich auf Autopilot. Falls Sie sich fragen, alles, was wir tun, ist 100% legal und 100% ethisch. Ich habe Ihnen heute absolut nichts zu verkaufen. Wonach ich suche, sind ein paar langfristige Kunden, Kunden wie Sie. Unsere Mitglieder kassieren auf der ganzen Welt, indem sie das Konto aktivieren, das Sie gerade eröffnen. Okay, hier sind wir also wieder. Es sind schon drei Minuten vergangen. Und wie Sie sehen können, waren wir nur ein paar Minuten weg und der Saldo ist bereits auf 360 Dollar gestiegen. Das sind 110,43 Dollar Gewinn in weniger als drei Minuten. Kommen wir also in 24 Stunden wieder, damit Sie die lebensverändernden Gewinne, die Sie erzielen können, mit eigenen Augen sehen können. In Ordnung, wir sind zurück und in den letzten 24 Stunden ist der Kontostand in wahnsinnige Höhen gestiegen. Wir sind bei atemberaubenden 14.830,44 Dollar. Lassen Sie uns hier klicken, um einen Blick auf die Trade-Historie zu werfen. Wie Sie sehen können, waren die Trades fast alle Gewinne. Es gab nur drei Verluste. Deshalb wird das hier als die weltweit konsistenteste Trading-Software bezeichnet. Sie tradet mit einer unerhörten Genauigkeit von 99,4%, was bedeutet, dass es praktisch unmöglich ist zu verlieren. Die Zeit läuft ab, also werde ich sie nicht mehr lange aufhalten. Lassen Sie mich also sehr sorgfältig erklären, was Sie als Nächste tun müssen. Alles, was Sie tun müssen, um sofort loszulegen, ist die Daten auf dieser Seite auszufüllen. Unser Team wird sich von dort aus um die Dinge kümmern. Wir arbeiten für Sie. Nun, sind Sie bereit, jeden Tag 13.000 Dollar zu verdienen? 13.000 ist eine Menge Geld und einige Leute können damit nicht umgehen. Aber wenn Sie bereit sind, jeden Morgen 13.000 Dollar auf Ihrem Girokonto vorzufinden, dann füllen Sie Ihre Daten auf dieser Seite aus und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, wie Sie sich fühlen werden, wenn Sie morgen früh mit über 13.000 Dollar auf Ihrem Girokonto aufwachen. Sie sind nur wenige Augenblicke davon entfernt, in der Lage zu sein, jeden Luxus zu bekommen, den Sie sich jemals gewünscht haben. Sie können endlose exotische Ferien machen, technische Geräte kaufen, Designerkleidung kaufen, Ihre Freunde mit Jets herumfliegen. Verdammt, Sie können Ihrem besten Freund sogar ein Haus kaufen. Was auch immer Ihr Herz begehrt, es wird bald Ihnen gehören. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Daten auf dieser Seite auszufüllen und Sie können sofortigen Zugriff auf meine lebensverändernde Software erhalten. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch genau die Schaltflächen, die Sie anklicken müssen, um Ihre Gewinne zu steigern. Füllen Sie die Daten auf dieser Seite aus, zögern Sie nicht. Oder schlimmer noch, denken Sie nicht darüber nach. Sie haben absolut nichts zu verlieren. Beobachten Sie, wie die Gewinne auf Ihr Bankkonto fließen und geben Sie Ihre Daten auf dieser Seite ein. Ich sehe sie dann drinnen. Das sind Sie. Untertitelung des ZDF, 2020